um begrüße Leute hier sind wir wieder bei Let's Play Minecraft mit Klopper B720 B also unser illegalen Einwanderer Servus ja ich hab mir jetzt auch mal hier einfach erstmal so für den Anfang Sagen geklaut aber ich werde mir natürlich gleich noch selbst einbauen jetzt nur mal so bis ich die Brails und alles aufgestellt habe die werde ich jetzt mal aufstellen ich versuche mal hier den Drill abzugreifen ich würde sagen ich stelle die erstmal hier hinten hin oder hier hinten an die Wand und dann wollen wir hier erstmal ein Stück raus gehen weil das ist jetzt nur 4 Braille ja ich habe eigentlich gedacht am Anfang die Braille hier hin wo da eine ganze scheiß Kisten stehen ja okay das ist jetzt leider doof sehr machbar ja wir können ja ein Stück nach hinter gehen oder nach hinten also so zack 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 jetzt geht der 3x3 Drill der Boden der ab schnell bis der ab ab und das gute bei diesem Drill ist er schmeißt die Alte in sich laufen Boden sondern direkt in der Nebendar da habe ich gerade schon gewundert wo die Alte sind das ist cool du brauchst nicht mehr so rum und ich werde mir den auch gleich bauen so und hier einfach in die Wand würde ich jetzt mal sagen vorerst oder aber gut ich weiß gar nicht wie der das mit Erzen macht ob der da die Erze auch dann dreimal abbaut äh ich baue sie einfach direkt nebeneinander ist ja scheißig kann man ja dann gucken welche ja die kann man auch immer ab wie geht das jetzt also das ist Speed da machen wir jetzt gleich 20 Drill Option 3x3 deaktiviert ah so geht das coole Sache gut hat der Spiker das gemacht guter Mann ja Spiker ist auf jeden Fall guter Mann schon viel von dir gehört Prozent der Grüße an Spiker wenn das Video schaut Wollte ich gerade sagen falls du jetzt zuguckst liebe Grüße auch von mir schon viel von dir gehört noch nie mit dir geredet vielleicht ändert man das ja bei irgendwann auf jeden Fall muss ich sagen Topmod ja guter Mann muss man ja auch mal loswerden ja man muss ja auch mal die Mühe und alles loben vor allem auch ich habe ja ihn gefragt ob er das bei einem Update noch was einbauen kann das hat er sofort umgesetzt hat mir voll top gefallen ja leider haben wir das Update noch nicht drauf ja aber das werden wir ja ja es kommt noch ich hatte noch keine Zeit das abzudaten aber dann packe ich eigentlich die leeren Barrels ist genau doof ja leeren Barrels kannst du auch hin ja aber du brauchst jetzt alle also meist so eine riesen Wand machen oder was ja das nicht oder ganz riesig ok ja 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 passt schon dann krieg ich gleich mal Barrels nach oder ja ich baue dann schon mal hier so ein bisschen um das wir mal so ein bisschen ja schauberz 51 sind zu wenig das können wir auch hier hinten hin tun das so hat mein Let's Play der anderen Art warum nicht? Warum immer Let's Play machen wie jeder? Kann doch jeder oder? Ja, aber so, wenn wir die Paris so rauftun, dann müssen wir aber mit Logistik beim arbeiten bei Paris Das ist doch nicht schlimm, können wir da? Ich mein nur, weil dann können wir sie von hinten befüllen und rausziehen No dann haben wir einfach aber du bist der Stilvertreter, hab ich gehört, gell? Ja? Äh, wie wär's denn da so mit einer schönen Motorsäge oder so? Also ich hab mir da schon gedacht, dass ich da jemand bekomme Jaaaa... Ich muss da noch immer mit der Diamantspitake da rum, damit der Diamantspitake da rum Ja, alles klar, Sekunde, warte Also das ist schon ne Frechheit, da würd ich jetzt schon sagen, verpiss dich wieder Nee, ich hab die ja dabei, warte Schön, dass meine Wehraus geküftet Oh Habe ich mir schon wieder die Sache gegeben, ey, was ist denn das? Back in Müll, warum bin ich denn hier schon wieder... Ah, ich weiß warum Singleplayer Singleplayer getestet und... Ah ja, stimmt, du hast ja vorher etwas testen, ob das geht So, Barrest, dann machen wir mal So, innen Wir haben mal keine Kiste Aber wir müssen unbedingt Crafting-Terminal wieder aufstellen, was Crafting-Terminal wieder heißt Crafting-Terminal? Crafting-Terminal So, so war's doch Teil Ach du, Mann Super Aber Es geht natürlich jetzt in die Niveau sein Es geht natürlich jetzt in die Niveau sein Crafting-Terminal So, na Späule einfach mal hier Hier rein, fertig Ne, da bauen wir einen größeren Platz, wenn wir den größer bauen, dann bauen wir Platz Was? Tint, 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 Tint Tint, Tint, Tint Nehmen יר oder ich baue ihn einen Stock tiefer Ich baue ihn einen Stock tiefer Ich baue ihn einen Stock tiefer So, 1, 2, 3, 4 No, hier der erste 1, 2, 3, 4, 5 Zack Das ist so eine Andelmaschine hier, ne? So BAM Robobah 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 Ach Menno passt einfach hier aus doch egal so ich bin nämlich gerade ordentlich hier weiter verstehst du du da weiter jetzt ne zack zack ja bei dem nicht ordentlich, wo ist jetzt bei mir gell? freund hier ein ah ja ja, blem sie doch ruhig, blem sie doch hast du jetzt ein Teil mal gestellt? äh, ja auch nicht ich hab auch gerade jetzt eingestellt mal damit wir wenigstens noch irgendwann mal was haben hier sind sie, jetzt hab ich schon wieder vergessen, ah ok so, dann bauen wir den hier rein das ist mal dicht doof wenn ich jetzt nur wüsste wie groß eigentlich mein Crafting Terminal war, weißt du das zufällig? ähhhh ich weiß auch nicht ich glaub 5x5, 4x4, 10x10, 2x20 ich und meine Cable Stone hier mit Kiste war das die hier war das und mit hier nach und hier eben hab ich das Ding nur hier eben hab ich das Ding nur Heatvent Ne die waren außen 32 Puh Ja als ob ich jetzt noch wüsste wie viel das waren 3 4x4 4x7 1 2 3 4 so 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 da dadidadadada ah genau 4x4 war der ganze schöne Kack hier zack zack tadaa dumm 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 2,3,4 ja ich nehme jetzt mal schön zwei Chainsaws die Leute wissen schon, ich und Dings hier behalten ich und Dings hier behalten Rezepte behalten, das ist überhaupt nicht meins oh, ich gucke oh, ich gucke argh die die ein bisschen iron ich muss gerade kurz rücksprache mit firma stil halten was so es dauert ein bisschen liefert Schwierigkeiten kurze Lieberschwierigkeiten aber ansonsten ne ja ein bisschen Lieferschwierigkeiten hat man immer das kann ich auch verstehen das kann ich selbst dass nicht immer alles so einfach ist so und dann wollen wir es meine Sachen werden natürlich auch noch hier ein das war nicht so ganz so viel aber das ist ein bisschen was das genau diese werden dann hier schön einsortiert da braucht man wie nix rum zu kümmern Kursar zu die Kälte Hausaufgut wird so gut auch die ganzen wenn da an der von M.E. mit einer Beipauspumpen einfach der Kräfte Rezepte in diesem Sinne das der bot bisschen was mit einer Beipauspumpen mit einer Beipauspumpen erstemäßig demnächst ist es mir umbauen das gefällt mir hier sowieso nicht aber denn der Klaas das ist ja wo vorerst mehr war und er wurde sicher mit einem weil jetzt mal professorisch hier einfach weil hin geklatscht die arbeiten können kräftigen cpu aufstellen was mit dem buch hierhin gebaut Prozent dort um Kaskrechten Kraft den Prozent aber meine ganzen Ingrid zu erinnern mit nur um abend vor der Augen ein und so Exilium bringt mit die sieben um Prozent guter Graschen gar kein so ein schlechter so schlecht hat er niemand gesagt aber gut hat auch gebraucht auch klar auch komm auf stecken fest er steckt wohl das muss ich irgendwie mal dass das würde als nächstes in meinen Kanal ein Kanal von der eingebaut was so ein Jahr aus so ein Jahr hat er praktisch mit kommen es sind die Mitglieder das habe ich natürlich auch mitgebracht Glasfasserkabel ich hab kein Rezept für Glasfasserkabel, willst du mich verarschen oder was? so, äh ne, das sind Firmings, das haben wir hier hinten ich hatte doch Glasfasserkabel, ey oh ein kack jetzt nicht mehr was auch geil ist wenn deine elektrischen Geräte voll sind die sind immer nur die sind nie wirklich voll da steht immer 26 von 27 oder so das ist noch nie aufgefallen mal gucken, wenn die voll sind sind wir hier so, voll also, oh ja, das ist unten da ist anseite Damage also, das hast du jetzt auch, gell? ja so, jetzt ist ME-System alle das ist natürlich pipi fein jetzt genau, dass hab ich gewartet ich bin die Falle das fehlt mir genau ein Kabel soll man gleich das hin machen, damit bummer wahrscheinlich ne, nicht mal, okay was soll da bummer? äh, weil ich Kupferkabel an 512 EU angeschlossen hab ja, und das transportiert dann einfach keine 512 EU achso, okay das heißt, hier kommen dann einfach keine 512 EU an an der Maschine ja, das brauchen wir eh nicht so, den Drill hier, den werd ich jetzt nochmal wieder in die Kiste legen und werd mir nochmal schnell so eine Klimatikmaschine bauen ja und deine Kisten hier was machen wir mit den ganzen Charakter? langsam aber sicher einsortieren auf alle Fälle müssen wir mal hinter den Barrels freimachen, dass wir hinten Platz haben für alles einrichten und so weiter okay äh ein oder? ach, ich könnte mir sogar fast den Drill aus deinen Sachen bauen ja, viel was dürfte ja nicht fehlen ich hab den mit der 2,5 Millionen Batterie den hab ich noch nie geladen ein einziges Mal geladen, sonst seitdem noch nie die Batterie muss ich mir dann noch bauen ja, ich hab ne kleinere, die kann da auch nehmen das glaub ich mir die reicht vollkommen 250 oder 2,5 Millionen? die hab ich jetzt drin, aber das ist ja halt schon seit ich den Drill hab noch nie geladen den Drill advanced Maschinen Casing ich glaub ist klar zu mit Medium MJ voll erstmal eine small krass der Scheiße smallhammer advanced nehmen wir mal den natürlich Small da rein und dann kriegen wir ne Medium so, jetzt nehmen wir die Medium raus ist er hat um mich und hier hinten wo man alles schaßes mk2 jetzt ach du guck schaßes nehmt schon mal das mk das ist das war mir korrupt Köln haben wir eben gemacht das sind Redstone Kabel es ist einfach nur hier ist es von von dem Teil nicht erwart die Lars mit Redstone auch geil jetzt schon so kräftige Lüste bei den Köln ist auch nicht so passen die 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 kurz da was gucken da haben wir noch Kabel basic logistip die wollte ich haben pfff die haben wir ja Chipsitze und nicht dat und nicht dat ja genau an der Skullchipsit der Basic ja gibt's dann noch das ist eh nix ach wer ist haben wir denn weiß kein Mensch zu 2.4 GmbH 3 2.5 Millionen um den und wie du auch oder Paul electric engine mit der Bühne und Piston-Iron-Bars und Kabel Schaldinger mk2-3 um Mio Boro bei 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 Lagen einmal aus dem Kommerkenten nicht zack 40 dann baue ich mir auch gerade ein Upgraded oder? Kann der dann nur noch 3x3 abdauen? ne das kannst du mit Rest-Click dann umschalten du kannst umschalten die Geschwindigkeit und 3x3 das erkläre ich dir dann mit ne Nas damit es leicht verständlich ist warte mal da brauchte ich doch ne Iron Staufel 4 Stück und ich glaub ne Iron Pickaxe 4 Stück ja genau so dann machen wir erstmal auch 1.0 ne das hatte ich das Problem da muss man warte mal ich hab doch aber eben Eisen reingepackt äh ja aber das ist wie schneller raus ist wie du meinst mach zu schön hab aber noch ich muss da eigentlich nur Eisenohr haben aber bei den drin muss natürlich aufpassen was aktiviert ist 3x3 oder normal mal erwarten das mit Eisen haben wir gleich wieder noch kein Stress aus aber noch was wird ja das sieht Prozent Prozent so das braucht man auch in der Welt angebogen ich in der Welt angebogen so Becker auch guten Morgen die Dame so hey Baby aber ich weiß nicht ob der da Strom kriegt so doch hat er 100 Kilo Joule da sagen wir doch einfach hast du ein Eisen? nee von Big Brother von Big Brother von Big Brother von 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 safe eh ich brauche ein Eisner, jetzt haben wir sowas ja, hab ich reingepackt, glaub' dann sagen wir, er soll nur Eisen suchen, ist am einfachsten oh, Radius, mein Ernst, mach' ich 200 so Border Factory nein doch da zack hallo nee, das war das falsche, Itemstick genau, Eisenohr safe so, Radius machen wir gleich mal 40, soll einmal anstrengend suchen von von 0 bis 200 das passt genau vollgas bam äh Replace Block Cabblestone, das passt auch damit Cabblestone reinmachen soll ich Cabblestone reinpacken, oder? Auto Eject, können wir anmachen oh Silk Dodge, kann man ausmachen, braucht er nicht Auto Bull on und Start Feuchtchen hello there grüß dich, mein Freund 500 500 oh, ich glaub' Strom kriegt er keinen hohe Arbeit, der macht immer ein bisschen immer weniger Eisen naja, aber Strom jetzt sieht's leer aus so hält der Strom aus so, hier, das ist Silk Touch, genau, Auto Eject, Auto Pull weil ich nicht weiß, wann ich weiß es nicht, ob das so geht, ich dass es einfach mal beinhart da kann nicht mit so einem Kabel angestellt werden leider braucht dieses Mechanismus Kabel genau, ja, bam ja, ich hatte ein bisschen zu wenig Leistung, aber wo siehst du das dran? rechts ist ein Balken normal, wenn du auf diesen Balken gehst, der runter gehst, stehst 200, das ach da, das füllt sich nicht, jetzt geht immer wieder weg, ja genau, aber wenn man hinten schaut, das geht fast Sekunden, da geht drauf, 12 naja, ok, fast Sekundakt, 20 Sekunden, 10 Sekunden, 1 so ich kann so nebenbei hinrodeln da braun, man geht den Käfer bei uns mitten in der Bude holen wir gleich der Forst-Grande, Jan, das tue ich die kann man eigentlich auch an das anschließen erstmal auf der Saison so ein Grundstehender Forst-Grande habe ich hier habe ich schon, Forst-Grande da war auch einer hier wo packt denn der das jetzt hin? ah, der packt doch gleich direkt in den Ofen und wird gleich durchgeschmolzen perfekt zack rein, der schmeckt doch gleich direkt in den Ofen durch, schau he fein vorerst mal, pippi fein da könnte man jetzt noch nein aber schon wieder ein bisschen iron ja so den Schaufel kann ich schon mal vier Stück machen iron Ficken noch nicht warte mal haben wir pulverized iron ne, so was haben wir nicht warte, ich hab schon da reingetan hier, du hast die pulverized iron schon gehabt in meinem Mehllager ok da hast du ich durch ach so, ne, das präferisierte Kataruf, das brauche ich schon das hab ich extra noch drin aber jetzt hast du genug da ist der präferisierte brauchst du, um irgendwas von der Mehl herzustellen da brauchst du präferisiert das Einwein oder das ok deswegen hab ich das noch drin genau es wurde mir zurück aber wie mit dem das gerade okay der man da er kann mir an das Ding erinnern Nein, 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 ich hab den abgebaut, weil das ist das Da stand bei den Maschinen oben irgendwo Muss eine Diakiste gewesen sein Ne Das war mir Da wo den ganzen, da müsste er noch mal drin sein Wo die, wo die ja, wo ich dachte, da sind die ganzen ME, der mal nichts spanisches Sachen drin Da müsste er drin sein, außer du hast den abgehobbt Es kann natürlich sein, dass ich das Ding abgelobbt habe. Man. Oder er legt hier einen grov. Wie heißen der? Irgendwas mit Bildquantress? Nein, nein. Nein, nein. Oh, hier. Nein, das ist der Fall-Generator. Wie war das? Deine Chests? Nein, aber nicht bei Deine Chests, glaube ich. Nein, SP, oder? Nein, das muss Deine Chests sein, weil der Drill auch bei Deine Chests ist. Das ist ein... Wie ist es? Bildcraft Charging Bench. Bei Batterie Station. Ein Charging Bench. Ja, die kannst du ja schnell kraften, die kostet eh nicht viel. Ja, die machen schnell. Und dann darf er noch da. Oh, wow. Ja, genau. Ah, ja, so krimierig ist ein schön, ey. Ähm... Ja, genau. Na ja, ich wollte noch Pipes machen. Logistik-Pipe-Kacke. Und an was kann ich den anschließen? Der... Braucht Bildcraft Energie. Der haben wir ja gar nicht wirklich hier, ja. Du müsstest hier an das Kabel anschließen können eigentlich. Denke mal. Entweder das Server crashed oder es funktioniert. Das ist der Leit. Langsam aber als Leit. Äh, dann warten, haben wir noch so ein... Kabel glaube ich nicht, oder? Oh, nee. Nee. Oh, nee. Universal Studios Kabel. Ah doch, ich habe noch eins. Dann du ihn mal weg hier, rup ihn mal weg. Einfach abbauen. Oh. Und... Zack. Ich habe leider nichts... Abbauen. Hast du den Lea? Nee. Womit hast du den jetzt abbauen? Das war natürlich der 3x3-Mod. Pfff. Da hast du aber nichts anderes. Da hast du doch einen Vorstrein, da hast du abgebaut. Mhm. Eben war das... Eben war das noch schön gesagt, gell? Naja, jetzt gibt er was. Da ist da denn das viel Kraft von dir hier drin. Damit er unten nicht... äh... Ich hatte ihn ja automatisiert, damit er unten nichts reinbaut. Ach so. Jetzt gibt's hier Feuer. Und wir werden auf jeden Fall bis zur nächsten Folge schon mal... äh... hier das Loch ausheben. Weil jetzt beide die dicke... Drill haben. Bis zum Boden. Wenn wir das Loch hier ausheben, bis nach unten. Und auch bis nach oben, würde ich sagen, oder? Komplett hoch runter. Wird man mal wissen, wie wir die Dinger bauen müssen, oder? Ja. Und... Weil das geht ja so ratzfatz. Es geht einfach so runter. Bam, bam. Das geht ja ratzfatz. Es geht ja ratzfatz. Es geht einfach so runter. Zack, zack, zack. Ja. Das geht... Bibi fein. Bibi fein. Bibi fein. Hier sind wir runter, zack, zack, zack. Geh mal hier runter. Ich hab mich schon ein bisschen eingelebt, aber... Ja. Das müssen wir auch noch weg. Wegpacken. Und versuchen, ein bisschen was von Ed seinen alten Kisten hier wegzupacken. Ja, und einfach mal hier einzutieren, das ganze Bärwößen zu. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge, und wir machen das in der nächsten. Ja. Wir teilen euch, was wir gemacht haben. Lasst ein Like da, ein Abo, schaut bei Klo vorbei. Ja, ich freu mich auf jeden Fall. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, und ich antworte auch auf alles, was ihr von mir wollt... Heus aber, das Mod-Bag. Ja. Ja. Das darf ich leider nicht weitergeben, aber das hab ich denke ich mal Verständnis für. Das ist Edgrafter seine Sache, und wenn der sagt nein, dann ist es nein, und dann werde ich mich auch daran halten. Das ist... Das ist unter Freunden. Mach mir das so. Moin, moin, moin. Mach mir das so. Moin, moin, moin. Geh runter, du Arsch. Brrrr. Ja, jetzt kann ich ja. Tschüss. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und... Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.